Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project HiRise hier bei Heisenberg Zockt. So, sie ist wieder da. Die Menüleiste. Ja, neu starten und es ging. Zum Glück speichert sie automatisch. Ich hoffe wir haben jetzt nicht irgendwas noch hingestellt, was in diesem Speicherstand noch nicht drin war. Aber wenn ich hier so gucke, das sieht eigentlich genauso aus, wie wir es vorher hatten. Hier haben wir sogar die Schuhputzkollegen noch. Und hier haben wir noch ein Fenster mit drei Plätzen. Da würde ich ganz gerne auch noch so ein Teil hinstellen. Das war hier. Was haben wir denn noch nicht? Verkaufsautomaten. Zack, die passen perfekt hier hin. Brauchen die nur zwei so Teile? Und das ist noch frei? Moment, müssen wir mal gucken. Da haben wir doch hier unten. Nein, falsch. Es ist ein wildes Geklicke. Haben wir hier irgendwo Lobbykunst? Ne, geht nicht rein. Geht aber hier auch nicht rein. Aha. Ja, ist auch nicht wirklich schön, muss ich sagen. Was ist das denn? Ei, ei, ei. Ne, das lassen wir. Das lassen wir. Aber ich glaube, dass wir hier noch ein freies Segment haben. Ist aber egal. Das können wir später natürlich noch füllen. Sie schustern, sie machen, sie tun. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf schneller. Und ich würde halt ganz gerne möglichst schnell weiter runterkommen. Ich möchte diese U-Bahn sehen. Ich möchte sie haben. Also, machen wir mal. Kostet uns ja nichts, ausser Arbeitsstunden. Das wissen wir. Jetzt hätten wir hier Fahrstuhl. Hier unten. Was wir hier unten natürlich gar nicht haben, ist Infrastruktur. Also hier solche Sachen, die müssen wir nachträglich dann noch installieren. Falls wir hier unten was machen. Ja, Strom brauchen die hier natürlich auch. Und Wasser. Aber ich würde sagen, da warten wir mal noch. Im Treppenhaus. Haben wir eigentlich auch so weit runter gemacht. Das müssen wir auch bis ganz unten ziehen. Das ist sonst ein bisschen komisch, würde ich behaupten. So, dann sind die hier angeschlossen. Der Fahrstuhl funktioniert soweit. Okay, dann könnten wir hier eigentlich auch weitere Sachen hinbauen. Jetzt würde ich mal gerne eine Etage haben mit Restaurants und so Sachen. Damit wir wirklich auch mal genug solche Teile haben. Das können wir wieder nicht vermieten. Das können wir eigentlich bleiben lassen. Weil die brauchen dann wieder mehr, ja ich weiss gar nicht, was haben wir denn noch? Mehr Wohnungen oder mehr sonst irgendwas? Einkaufsmöglichkeiten? Äh, wir bauen mal kleine. Damit wir dann nach und nach sozusagen grösser werden können. Äh, hier hinten. Ich würde es nicht aufs gleiche Stockwerk setzen. Ich würde hier tatsächlich mal einfach ein Riegel Restaurants. Oh, die passen sogar perfekt hier rein. Und dann gibt es hier hinten sozusagen ein Riegel mit Einkaufsmöglichkeiten. Oh, passt auch perfekt hier hin. Da hätten wir wieder noch freie Bereiche. Drei Stück. Da könnten wir vielleicht nochmal ein Büro. Dann haben wir auch freie Bereiche. Das reicht genau nicht. Haben wir nichts in der Grösse? Hm. Mal gucken. Ne, definitiv nicht. Hm, hier. Da würden wir zwei reinkriegen. Dann machen wir hier mal nochmal zwei solche. Dann haben wir ein zweier Dingens da frei. Das ist okay. Gut, jetzt geht es ans Vermieten. Ich hoffe, das klappt auch. Jawohl. Das gefällt denen wunderbar. Kleine Elektronik. Ich denke, es kommt ja nicht so drauf an, was man hier nimmt. Sondern, ja, dass man halt irgendwas anbieten kann. Donutjob. So, noch ein Café. Moment. Das ist jetzt kaputt. Halt. Nein. Ich glaube, ich habe zu schnell gemacht. Jetzt geht es wieder. Okay. Hier. Wobei, da gehen einem dann mit der Zeit natürlich die Nachfragen aus. Das ist, ja, das ist der Punkt hier. Restaurant mit Schlemmermeile. Die möchten schon nicht mehr. Erwartete Resonanz. Was? Ach, da können wir Werbung machen, damit es nicht so bleibt. Okay, wir nehmen die hier. Wir machen jetzt nicht noch Werbung. Und da kommt ein Café rein. Und hier hinten lassen wir mal offen. Wir wissen nicht, was wir sonst noch alles brauchen. Oh, da wird jetzt aber ordentlich schnell gehämmert. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn man hier mal ein bisschen Gas gibt, wie ich sehe. Wenn man eben entsprechend vorwärts kommen möchte. Jetzt haben wir uns hier aber ein bisschen die Lobby zugebaut. Oh, können wir jetzt hier den Kollegen? Ne, der hat immer noch. Haben wir? Jetzt haben wir hier keinen Platz mehr. Ah, hier hinten. Ne, aber daran kann es nicht liegen. Wir könnten ja jetzt eigentlich hier bauen. Was heisst dieses? Darf keine haben. Vielleicht habt ihr es schon in die Kommentare geschrieben. Das konnte ich noch nicht lesen, weil ich zwei Folgen am Stück aufnehme. Aber ich mache nach der hier mal Pause, weil sonst kommen wir gar nie zum Beraten. Theaterbüro. Ich muss wissen, wie ich das bauen kann und warum das nicht geht. Das wäre noch interessant. Also das können wir jetzt hier so weiterlaufen lassen. Hier unten haben wir Platz für Sachen, die unter die Erde gehören. Da würde ich glaube ich mal nochmal kurz zuschlagen. Nämlich nicht mit denen hier, sondern mit denen. Was haben wir hier noch? Bürobedarf, Service. Wobei, die gehören nicht unter die Erde. Kann man aber trotzdem machen. Also die können unter die Erde oder über die Erde. Das ist eigentlich relativ egal. Das ist ein bisschen komisch von der Architektur her. Wenn die Leute hier runter gehen an der Infrastruktur sozusagen vorbei. Also die Leute, die hier zuständig sind, dass das alles läuft. Und hier unten ist dann wieder was. Wobei, warum nicht? Warum nicht hier unten dann sogar noch eine Ladenmeile machen? Dann brauchen wir den Platz nach oben nicht. Aber ich hätte die trotzdem gerne über der Erde. Was haben wir denn, was unter die Erde gehört? Hausmeisterdienste. Das wäre zum Beispiel was, was nicht unbedingt unter die Erde gehört. Aber was man unter die Erde sicherlich machen kann. Machen wir mal. Dann haben wir noch Wasserflaschen-Service. Aha. Kommt auch noch hier hin. Hat schon was Nettes, wenn man einfach so bauen kann. Kopierservice. Haben wir glaube ich auch noch nicht. Oder was ist das da oben? Oh, schon wieder ein Glückwunsch. Wir brauchen mehr Menschen. Haben wir abgeschlossen. Wir werden gleich gucken, was es für neue Aufträge gibt. Kopierservice, Computer und IT-Dienste. Wow. Man kann schon sehr viel machen. Aber die Jagdgeber, ich wollte gerade sagen, die brauchen eben doch auch Strom. Ist eigentlich relativ klar. Haben wir noch was? Kopierservice, kommerzielle Druckleistungen, Aktenablageservice, was es nicht alles gibt. Ein Catering-Service, das wäre natürlich nicht schlecht. Der müsste aber dann nach hier hinten. Gut. Jetzt werden wir hier aber zuerst mal für Strom sorgen. Würde ich vorschlagen, wir machen hier mal Normal-Tempo. Damit wir auch hinterher kommen. Strom war hier. Wir bräuchten hier zuerst mal so ein Teil hier unten. Schauen wir mal hier hin und hier hin. Und Wasser kann eigentlich auch nie schaden, wenn man es genau nimmt. Das wäre dann hier und hier. Dann die Leitungen ziehen. Geht nicht. Moment, müsste man noch richtig anklicken. Dann geht es auch. So, einmal Wässerchen bis nach da hinten. Jetzt habe ich den auch noch erwischt. Dann hier lang. Und hier lang wollen wir eigentlich auch noch Wasser, weil wir nicht wissen, was da noch reinkommt. Dann haben wir hier Telefon. Brauchen sie hier unten ja doch eigentlich schon auch so ein Kopierservice. Und man muss den ja auch erreichen können. Ja, machen wir mal. Wir können es uns leisten. Also was sollen wir hier geizig tun? Werden wir ja sowieso genug Geld haben. Jetzt Strom fehlt, glaube ich, noch. Genau. So, einmal hier lang. Einmal hier unten lang. Dann ist das Stockwerk hier schon bedient, obwohl noch nicht mal ein einziges Büro oder sonst irgendwas drin steht. Passt. Gut. Hier hinten lassen wir mal noch. Wir könnten, glaube ich, hier noch ein, zwei Meter weiter bauen. Oder ist hier Feierabend? Ich glaube nicht. Wir könnten da noch weiter. Jetzt sehe ich aber gerade, dass tatsächlich unsere Arbeiter... Was hast du denn für ein Problem? Äh, ohne Gasanschluss. Aha, die brauchen einen Gasanschluss. Den könnt ihr haben. Den haben wir noch gar nirgends gemacht. Sonst noch jemand? Hier oben, die haben zu wenig Telefonanlagen. Okay, das werden wir ändern. Da muss man doch auch ab und an mal einen Blick drauf werfen. Ähm, Telefonanlagen. Telefon. Das wäre dann hier. Machen wir... Meinen die die oder meinen die die? Wenn man das jetzt wieder wüsste. Wir machen hier mal noch so ein Teil hin. Passt sogar da rein. Machen wir mal hier hin. So, mal gucken, ob es weg geht. Wir sehen es dann. Also jetzt sehen wir es. Jawohl, das ging weg. Okay, das war die richtige Investition. Dann, ähm, nochmal hier. Was wollte ich denn? Genau, Gas. Hier runter. Da brauchen wir erstmal so ein Teil. Passt perfekt da hin. Okay, dann ist das hier... Oh, das funktioniert hier tatsächlich schon mit dem, was wir hier haben. Brauchen wir da keine zusätzlichen. Nein, das ist tatsächlich Wasser. Wasser ist dabei. Strom und noch irgendwas. Äh, weiss ich gar nicht. Was ist das denn hier noch für ein Zeichen hier unten? Schnee. Wenn man noch Schnee haben will. Ne, was ist das für ein Zeichen? Strom, Telefon, Kabel, Wasser. Keine Ahnung. Naja, ist ja egal. Passt. Sie haben. Aber die haben noch nicht, weil sie kein Kabel haben. So, hier Gas. Die haben wir auch noch zu. Und hier oben. Ne, da wollten sie nicht Gas. Da war das Telefon im Eimer. Okay. Dann müsste das eigentlich soweit behoben sein. Bewegt sich das Ganze irgendwie? Ne, irgendwie sind wir wieder im Pausenmodus. Jetzt regen sie sich ein bisschen. Wenn wir hier auf Hyperspace sind. Ist halt auch nachts. Ganz klar. Aber jetzt müsste das Ganze doch relativ ordentlich wachsen mit der Zeit. Jetzt haben wir hier noch diesen Bereich. Ich gucke jetzt nochmal abschliessend wegen einer Lobby. Ähm, wo war die? Da haben wir ja auch noch so Sachen. Da sind die Lobbys. Genau. Zwei Stöcke. Das wird schon nicht mehr funktionieren. Hier haben wir schon Sachen drin. Drei sowieso nicht. Muss ich dann gar nicht probieren. Aber warum geht denn das zum Beispiel hier nicht? Sie können dies in einer Lobby nicht bauen oder dort platzieren. Entfernen Sie zuerst die Lobby, wenn Sie das hier bauen wollen. Ach, ist das schon eine Lobby? Haben wir hier schon eine existierende Lobby? Ist das hier die Lobby? Die sieht aber irgendwie nicht unbedingt schön aus. Naja gut, können wir nicht ändern. Was machen wir denn hier unten hin? Was man hier noch machen könnte... Ja, jetzt haben wir den schon hier oben. Den Schuhputzer. Okay. Oh, da ist die U-Bahn. Was brauchen wir denn für die U-Bahn? Welche Platzierung unter der Erde benötigt ein Berater-Upgrade? Öffentliche Verkehrsmittel. Wir brauchen nochmal Berater. Da können wir aber nichts mehr bauen. Weil die alle keine haben. Innenarchitekt darf keine haben. Ästhetikberater helfen Ihnen dabei ansehen. Ja, das würden wir alles machen, wenn wir wüssten, wie es geht. Aber eben, ich habe ja gesagt, ich mache nach dieser Aufnahme eine Pause. Und wenn jemand weiss, was das heissen soll, bzw. wie man dann eben zu diesen Beratern herkommt, bitte in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das übernehmen. Ich bin ja schon gespannt. Hausverwalter darf keine haben. Was denn? Was darf der arme Kerl nicht haben? Weswegen können wir den hier nicht einbauen? Ich würde sagen, wir machen hier mal nochmal kurz weiter. Hausmeisterdienste haben wir. Hier unten sind wir irgendwo stehen geblieben. Ich würde jetzt nicht alles machen, aber ein Teil davon. Firmenkommunikationsdienste. Das sind ja schon riesige Teile. Aber wir haben Platz. Können wir machen. So, nochmal gucken, dass wir dann früher oder später tatsächlich wahrscheinlich alle haben. Professioneller Revisionsdienst, Firmenzeitarbeit. Was? Zeitarbeitsdienste müsste das doch heissen. Nicht vor Ort, keine Nachfrage. Okay, vielleicht kommt die Nachfrage noch. Wahrscheinlich, wenn man mehr Büros hat. Ich würde das für einen Moment da unten mal stehen lassen. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt mal hier oben nochmal ordentlich ein paar Stockwerke dazu. Damit wir dann wirklich auch mal zu den teureren Wohnungen und so weiter kommen können. Mal gucken, ob wir dann auch grössere Restaurants etc. bauen können. So, wenn wir das so machen, dann haben nämlich unsere Arbeiter auch wieder eine Weile was zu tun. Nein. Ja, zum Glück ging das nicht. Ich habe falsch geklickt. So, wunderbar. Und hier machen wir wieder so einen Riegel. Oder den könnten wir auch hier hinten machen. Dann haben wir hier mal ein bisschen mehr Platz noch. Ähm. Mit Strom und Co. So, das waren die Teile. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich das richtige Stockwerk erwische. Genau, das war nämlich dann, ähm, einmal hier, hier und hier. Und Wässerchen hätten wir auch noch. Das wollen wir hier, hier und hier. Und dann hätten wir gerne die dazugehörigen Leitungen. Und dann wären die hier auch schon versorgt. Geht hier doch schon ordentlich in die Breite inzwischen. Hier noch rüberziehen. Und dann das gleiche mit dem Strom. Leitungen haben wir hier. Und jetzt kann es natürlich sein, dass wir dann relativ schnell schon wieder irgendwelche Zähler und Co. nachliefern müssen. Weil wir hier natürlich mehr Strom anbieten. Das heisst, wir brauchen den auch. Deswegen werden wir das machen müssen. Das werden wir aber sehen. Das wird ja gemeldet, wenn sie irgendwo zu wenig Strom haben. Ähm, Wasser haben wir. Telefon fehlt noch hier oben. Leitung. Zack. Und ich möchte dann halt schon relativ schnell zum Thema U-Bahn kommen. Aber ohne, dass ich weiss, was die nicht dürfen, wird das schwierig. Da hatten wir ein Ding, Ding, Ding. Ein Turm in der Nachbarschaft hat finanzielle Schwierigkeiten und muss den Bau stoppen. Doch der Stahl, den sie bestellt hatten, ist schon auf dem Weg mit dem Zug in die Stadt. Ihr Vorarbeiter bietet den Stahl zu einem günstigeren Preis an. Die nächsten 36 Stunden lang ist der Bau von neuen Stockwerken 50% günstiger als vorher. Okay, das ist natürlich relativ cool. Bringt uns aber herzlich wenig, da wir sowieso nichts bezahlen müssen. Sollen wir gleich mal nochmal ein paar raufstellen? Nein, ich würde das mal lassen. Wir müssen die jetzt zuerst ausfüllen. Und das werden wir machen. Und zwar werden wir jetzt... Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal nochmal hier ein bisschen runter mit dem Tempo. Und mal gucken, ob wir jetzt nicht so ein Teil schon vermieten können. Machen wir mal hier hin. Und gucken mal. Ne, geht immer noch nicht. Was möchten die denn noch? Stromanschluss. Haben sie. Lagerraum. Oh, wir haben zu wenig Lagerraum. Okay, das werden wir gleich ändern. Das haben wir hier unten. Das Lager war... Oh Gott, oh Gott. Wo war denn das Lager? Hier? Äh, nein. Hier? Ja. Lagerraum für Hausmeister. Vier Lagerbereiche. Wir machen mal alles. Äh, wo haben wir Platz? Einmal hier diesen. Und einmal hier noch den hier. Ah, passt genau nicht rein. Immer wegen einem Feld. Machen wir die hier hin. Jetzt mal gucken, ob das reicht. Ja, jetzt könnten wir tatsächlich hier ein grösseres Bekleidungsgeschäft. Oder grössere Computer oder was auch immer. Rein nehmen. Machen wir mal. Gut. Gleich nochmal. Beziehungsweise jetzt ein Restaurant. Okay. Okay. Und hier. Gleich nochmal ein Restaurant. Funktioniert auch. Okay. Sandwich Shop. In der Grösse? Echt? Waren wir mal. Ein Fastfood-Restaurant. Ein riesiger Sandwich Shop. Okay. Bitte einrichten. Wir können hier eigentlich wieder Tempo geben. Und dann gedeiht das hier dann doch. Langsam aber sicher. Nur weiter runter müssen wir noch. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Wie ging das mit der U-Bahn? Ich habe vorher per Zufall die U-Bahn gefunden. Wo war die denn? Haben wir hier Fahrstühle? Doch, haben wir. Genau. Kein Ding. Äh. Oder Mitarbeiter. Ne. Das haben wir eigentlich alles gehabt. Wo war denn die U-Bahn? Ich finde die Sachen hier nicht. Äh. Annehmlichkeiten? Nein. Zumachen. Handwerker Dienstleistung. Das können wir mal platzieren. Ja. Die passen perfekt da rein. Aber. Ich weiss nicht wo die U-Bahn war. Telefon und Co. Hier kann es eigentlich nicht sein. Beim Bauen eher. Abfalllager. Da. Transit. Genau. Benötigt ein Berater-Upgrade. Ja. Da sind wir beim Thema. Belegschaft. 100 oder mehr. Was haben wir denn an Belegschaft? Verflixt Regen. Regen sorgt nicht für dreckige Fussbücher. Sondern auch dafür, dass ihre Geschäfte und Restaurants verkünden von außerhalb ihres Gebäudes weniger besucht werden. Okay. Aber das Wetter können wir ja nicht beeinflussen. Oh. Hier haben wir irgendwie einen Strom oder irgendwie ein Problem. Äh. Halt. Wir müssen auf langsam stellen. Sonst haut uns hier das Ganze ab. Äh. Was haben die denn für ein Problem? Kein Gewinn gemacht. Zu wenig Wasserzähler im Gebäude. Okay. Zu Befehl. Wasserzähler hatten wir hier. Äh. Wasser. Und Zähler. Wo haben wir Platz für euch? Hier unten zum Beispiel. Oder. Da hinten nicht. Warum geht das nicht da hinten hin? Hier geht es hin. Zack. Einmal Wasserzähler. Sind immer noch unglücklich. Aber das mit dem Wasser hat sich erledigt. Okay. Gut. Ja. Wenn ihr ausziehen wollt. Ihr seid ja erst gerade eingezogen. Also nun macht doch kein Drama draus. Ihr müsstet doch sehen, dass ihr jetzt Wasser habt. Und auch ein Wasserzähler. Falls der so wichtig ist. Was meinen sie hier? Unten Zeitung lesen. Ja. Vorbildlich das Ganze. Einmal mehr. Gut. Naja. Ich weiß halt nicht. Wie wir. Ja. Wie kriegen wir da hin. Dass wir hier irgendwie einen Hausverwalt einstellen können. Mir fehlt das Wissen. Was ihnen fehlt. Also sie können nicht. Okay. Das ist eigentlich ihr Problem. Nicht unseres. Aber wenn sie nicht können. Können wir auch nicht. Dann können wir sie nicht einstellen. Gut. Ich bin gespannt. Ob was in den Kommentaren steht. Ich mache dann mal eine Aufnahmepause. Bis die Folge raus ist. Und bin gespannt. Ja. Ob wir die Lösung finden. Sonst wird es dann interessant. Sonst muss ich vielleicht mal googeln. Das wäre natürlich auch eine Idee. Gut. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spass gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Schrainingint Tschüss. Tschüss. prophets.